Hallo, da ist Issa wieder aus Dessau. Heute an diesem Dienstag, ist ein bisschen später geworden, habe ich ja auf meiner Facebook-Seite schon erklärt, warum. Und ich habe mir was überlegt, da ich auf meinem Kanal keine Langeweile aufkommen lassen möchte, hier auf YouTube, habe ich mir überlegt, jetzt alle zwei Wochen nur diese Unterwegs-In-Dessau-Videos zu machen und zwischendrin einfach mal andere Sachen. Einfach mal Tags oder Follow-me-Arounds oder einfach mal was ganz komplett anderes, also vielleicht auch mal wieder was zu kochen oder was zu backen mit euch. Und ja, das so als kleine Ankündigung. Und jetzt ist ja, also das letzte Mal war das Rathaus dran und jetzt wäre was anderes dran. Und dann mache ich gleich den Anfang mit den 50 Random Facts Around Me Tag. Ja, genau. Und damit ihr ein bisschen mehr über meine Welt erfahrt, über mich und sonst so, habe ich jetzt 50 Fakten über mich zusammengesammelt und werde die euch natürlich jetzt präsentieren. Viel Spaß dabei. Und weil 50 Fakten ziemlich viel sind und das vielleicht auch ein bisschen länger dauert, werde ich natürlich auch gleich jetzt anfangen. Nicht ewig parla, aber ja. Also Fakt Nummer 1. Ich bin 23 Jahre alt. Meine Geburtsstadt, in der ich 22 Jahre lebte, ist Naumburg. Ich bin seit 2003 Brillenträgerin. Ihr seht das ja immer in meinen anderen Videos. Wenn ich ein Follow-me-Around mache, trage ich auch meine Brille bloß. Ich habe es auch schon mal erklärt, warum ich jetzt keine Brille trage. So, weiter geht's. Meine Lieblingsfarbe ist rosa. Meine Lieblingsfarbe, die ich trage, ist schwarz oder dunkles rot. Ich trage ultra gerne Kleider. Meine stärkste Charaktereigenschaft ist Unschüssigkeit. Ich bin aber auch wahnsinnig naiv. Dafür aber auch wahnsinnig verrückt. Mein Lieblingshauptgang ist Spinat und Ei. Mein Lieblingsdessert ist Zitronencreme. Apropos Essen. Wenn ich Hunger habe, bin ich unerstehlich. Ich trinke gerne Eistee von Quelli. Ich bin seit dem 03.04.2010 aktive YouTuberin auf einem damals noch anderen Kanal. Die Verlinkung mache ich euch hier in der Infobox. Mein größtes Hobby ist es, Leute zu unterhalten. Ich singe sehr gern. Auch das ist ein Fakt. Meine Lieblingszahl ist die 13. Ich habe Schuhgröße 39.40. Ich trage ultra gerne High Heels. Ich liebe den Frühling. Meine Lieblingsblumen sind die Tulpen. Ich habe Angst vor Spinnen. Finde dafür Schlangen aber sehr interessant. Ich liebe Erdmännchen. So, so, genug von Tieren jetzt. Stopp, stopp, da fällt mir noch was ein. Äh, ich hatte bis jetzt 4 Haustiere. 3 davon sind leider schon tot. Ja, mein Sternzeichen ist Stier. So, jetzt auch wirklich genug von Tieren. Ich glaube nicht an Horoskope. Zu einem Achtel lebe ich im Mittelalter. Zu den anderen Achteln in der Harry Potter Welt. Ich mag die Minions nicht. Dafür aber Hello Kitty. Ich bin ein kleiner Nerd. Meine Passion sind Serien. Es läuft zur Zeit aber leider nichts im Fernsehen, was mich wirklich interessiert. Ich bin stolz darauf, ein Kind der 90er zu sein. Ich habe Neurodermitis. Sieht man hier. Und in die Händchen. Ich habe eine 11 Jahre ältere Schwester. Familie und Freundschaft sind mir sehr wichtig. So, Endsportleute, Endsportleute. Ich hasse es, zwischen den Stühlen zu stehen in einer Freundschaft. Ich kann auch ganz schüchtern und ruhig sein. Mein größter Traum wäre es, auf einer großen Bühne zu stehen. Ich bin gelernter Hauswirtschaftlerin. Als ich mit meiner Lehre 2010 angefangen habe, habe ich auch angefangen, Theater zu spielen. Meine Theatergruppe hieß Poeta Historica und ist in Euler bei Naumburg. Durch das Theater habe ich eine Menge Selbstbewusstsein bekommen. 2013 habe ich Mario Bart live gesehen. Ich bin eine tollpatschige Zockerin. Ich bin generell tollpatschig. Es macht mir mega viel Spaß, YouTube-Videos für euch zu machen. Es waren 50 Fakten über mich, die ihr jetzt vielleicht ein bisschen verwerten könnt und erst mal runterschlagen könnt. Und währenddessen könnt ihr euch ja meine anderen Videos auf meinem Kanal anschauen. Viel Spaß dabei. Tschüssi!